AfD-Mitglieder haben im Staatsapparat nichts zu suchen und die AfD sind nur eine Truppe von Landesverrätern. Diese beiden Zitate hat der beliebte Grünen-Politiker Anton Hofreiter in den letzten Wochen und das erste Zitat gerade vor ein paar Tagen von sich gegeben. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Ist es berechtigt, diese Forderung? Und sind diese Vorwürfe auch korrekt? Oder steckt da etwas anderes hinter? Moin zusammen, mein Name ist Olli. Wenn du kritischen Content magst, bist genau richtig, lass gerne ein Abo da. Und dann sehen wir es einmal hier beim Deutschlandfunk. Nochmal das Zitat von dem Herrn Hofreiter. AfD-Mitglieder haben im Staatsapparat nichts zu suchen. Der Grünen-Politiker Hofreiter hat sich dafür ausgesprochen, AfD-Mitglieder aus dem Staatsdienst zu entfernen. Und das kannst du dir wirklich absolut nicht mehr ausdenken, Leute, was hier passiert. Also versteht mich nicht falsch, wenn im Staatsdienst jemand ist, beispielsweise auch in der kritischen Infrastruktur tätig ist oder ähnliches, und der diesem Land hier schaden will, der hier wirklich Probleme bereitet, der Stress macht oder ähnliches oder bespitzelt, irgendwas Dubioses macht, der hat in so einem Job nichts zu suchen. Gar keine Frage. Da denke ich, dafür ist meiner Meinung nach ja auch ein Staatsschutz vorhanden, der natürlich hingeht und überprüft und guckt. Aber hier eine pauschale Aussage zu machen, dass jemand, der sich einer gewissen Partei, und das ist natürlich wieder mal hier in diesem Beispiel der Fall, die AfD, dort Mitglied ist, weil er sagt, ja, die haben konservative Werte. Ich fühle mich von der CDU, von der FDP oder auch von den Linken nicht mehr vertreten. Die AfD, da finde ich beispielsweise, also Dr. Alice Weidel zum Beispiel ganz gut. Die kann sich gut artikulieren, die hat hier eine gute Einstellung, die setzen sich dafür ein, die möchten hier eine Steuersenkung. Das gefällt mir. So what? Dann ist es doch nur legitim, dass man sagt, ja, dann trete ich da in die Partei ein, vielleicht kann ich mich mal einbringen, vielleicht bin ich auch ein stilles Mitglied, unterstütze die aber mit meinem Beitrag. Aber nein, bei einem Hofreiter geht das so weit, dass man dann im Staatsapparat nichts mehr zu suchen hat. Und ich habe, bevor ich dieses Video gedreht habe, eine Erinnerung, eine Erinnerung an, ich darf nicht zu viel sagen, aber einen Bekannten von meiner Familie. Und da war ich deutlich jünger, aber ich kenne diese Erzählung noch und erinnere mich an so einem jungen, erwachsenen Alter. Und das war ein schon damals guter, bezahlter, hoher Beamter, der die Möglichkeit hatte, in einer Stadt Ministerialrat zu werden. Und dann hieß es, so im persönlichen Gespräch, ihr Parteibuch stimmt nicht, das passt nicht für die aktuelle Regierung, für den Bürgermeister. Und hätte er sein Parteibuch abgelegt, sprich, nicht diese Partei, sondern brauchen wir jetzt nicht nennen, aber wären sie in einer anderen Partei oder in gar keiner Partei, dann würden sie jetzt dieses Amt bekommen. Ich kann euch sagen, der Mann hat Eier bewiesen. Die Frage ist, zu welchem Vorteil? Denn er hat diese Posten nicht bekommen, weil er gesagt hat, nein, ich lasse mich nicht erpressen. Ganz einfaches Prinzip, ich lasse mich nicht erpressen, ich bin in dieser Partei, ich stehe dazu, das ist bekannt, und ich möchte nicht aus dieser Partei austreten, um einen persönlichen Vorteil zu haben und ein höheres Amt zu bekleiden. Der weitere Verlauf in seiner Karriere ist, der hat den Bach runtergegangen, wäre vielleicht zu extrem gesagt, aber ist nicht mehr weiter nach oben gegangen. Und die Arbeit dort ist ihm auch schwerer gemacht worden. Man hat versucht, rauszuekeln oder ähnliches. Und wisst ihr, Leute, das kann es doch einfach nicht sein. Das gibt es offensichtlich, so im Internen, schon häufiger, aber hier jetzt so auch noch viel öffentlicher und noch viel pauschaler. Viel pauschaler, dass du gar nichts mehr zu suchen hast. Weil was wollte ich mit dieser kleinen Geschichte erzählen, die, so schwöre ich, genau so sich zugetragen hat und mir bekannt ist. Denn es läuft ja dann darauf hinaus, dass jemand, der irgendwo ein Mitglied ist, nicht mal mehr in so einen Job reinkommt. Oder respektive, der da schon drin ist, dann rauskommt. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Was sind denn das für extremistische Ideen, die dem Herrn Hofreiter hier vorschweben? Denn es handele sich um eine weitgehend rechtsradikale Partei, sagt er hier, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sagte er zur Funke Mediengruppe. Da hätten AfD-Mitglieder im Staatsapparat nichts zu suchen. Gestern hatte Brandenburgs Innenminister Stippen und auf die rasche Einführung einer Überprüfung der Verfassungstreue angehender Beamten gedrungen. Wer sich für erwiesen, extremistische Organisationen engagiere, gefährdet die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und da frage ich allen Ernstes, wie macht man das denn, wenn man sich eine demokratisch wählbare Partei, die im Bundestag und in zahlreichen Landtagen und teilweise auch in verschiedenen, mindestens einen Landrat gibt es, maximal ganz genau einen Landrat gibt es, der nebenbei gesagt der einzige Landrat in Deutschland ist, der einen Demokratie-Check bestanden hat. Das muss man hier nochmal festhalten. Und sowas soll jetzt auch für Mitglieder dieser Partei passieren. Also was hier gerade passiert, ist wirklich unfassbar. Aber böse Zungen behaupten, es gibt ja hier diese Bilderberger-Konferenz, muss man aufpassen, wenn wir jetzt so aussprechen, gibt es hier so eine interessante Liste. Ist denn der Herr Hofreiter schon mal da? Ach, der war schon 2023 mal da. Das ist natürlich interessant. Es wird behauptet, ja, brauchen wir nicht darauf eingehen. Ihr wisst, was ich meine. Zu einem etwas älteren Artikel aus dem 26. August hat der Spiegel darüber berichtet. Hofreiter nennt die AfD eine Truppe von Landesverrätern. Und ich hatte auch zu diesem Thema ein spezielles extra Video gemacht. Und da fragt man sich doch allen Ernstes, wie kommt man denn auf sowas? Wie kann man denn auf so etwas kommen? Wenn man sagen würde, der Politiker XY von den Grünen oder von sonstiger Partei ist ein Landesverräter. Weil, der spricht sich gegen eine AKW-Verlängerung aus. Wir haben dadurch nicht mehr genug Energie im Land. Wir müssen deutlich mehr Strom importieren. Wir haben erhöhte Stromkosten. Wir haben die höchsten Inflationsrate seit etlichen Jahren. Mittlerweile ist sie wieder gesunken. Wird ja jetzt anders berechnet und so weiter. Wir haben zu verursachen oder verursacht hat dieser Politiker die aktuelle Situation deswegen und so weiter und so fort. Es wird der AfD vorgeworfen, eine Truppe von Landesverrätern zu sein, obwohl sie gar keine Befugnis haben, das Land irgendwie an Art und Weise zu verraten. Insofern, dass sie nicht in der Regierung sind, dass sie auch nicht in der Landesregierung sind. Sie sind beispielsweise in Thüringen aktuell die stärkste Kraft in der Umfrage, 32, 33 Prozent. Voraussichtlich können sie auch nächstes Jahr sogar dort regieren. Je nachdem würde das vielleicht so erreichen, wenn sie ein paar Prozentpunkte mehr erzielen. Und auf der anderen Seite die Grünen oder auch die FDP auch noch rausfliegen aus dem Landtag. Da verschiebt sich dann natürlich einiges. Und dementsprechend könnte das passieren. Und ich glaube, genau daher weht der Wind. Man möchte gerade aktuell, wo die AfD in den Umfragen so stark ist, so viel Zuspruch bekommt, natürlich alles daran setzen, um genau eben dieses zu verhindern. Und mit etwas anderes geht es hier einfach nicht. Wir sehen das ja in einer ganz aktuellen Umfrage, dass es nicht nur im Osten, in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen, in Rheinland-Pfalz, glaube ich, war es ja auch schon, also auch schon bei mir hier im Westen Deutschlands, aber jetzt auch noch in einer aktuellen Umfrage, die im Süden einen sogenannten AfD-Knall gibt. Und dann sehen wir das nämlich hier, mit Baden-Württemberg durchbricht die AfD im ersten westlichen Bundesland die 20-Prozent-Marke. Während Sonntag Bundestagswahl, sorry, Landtagswahl, kämen die Rechtsaußen auf 20 Prozent, heißt es hier. Tja, Leute, und offensichtlich gefällt das dem einen oder anderen nicht. Die Grünen kommen nämlich hier in Baden-Württemberg nur noch auf 22 Prozent. Da muss man sich wirklich an den Kopf fassen. 22 Prozent, böse Zungen sagen, aber die sind gar nicht so böse. Ich glaube da nämlich wirklich dran, dass gerade deswegen die Grünen in Baden-Württemberg so stark sind, weil das viele Leute sind, die richtig gut Geld verdienen, weil da tolle, gute Firmen sitzen, wie zum Beispiel Bosch oder auch Mahle und zahlreiche andere, Mercedes, Daimler, AMG und so weiter, die sich das einfach leisten können, diese Politik der Grünen. Aber so langsam realisieren auch diese Leute, wie man an solch einer Umfrage sieht, dass die Politik so nicht weitergehen kann. Dass selbst sie dadurch, auch wenn sie finanziell gutgestellt sind, immense Probleme haben und noch mehr bekommen werden. Jetzt schreibt eure Meinungen rein, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.